hallo herzlich willkommen zum tutorials keycat für anfänger wir gehen wieder in unserem pcb editor und sehen jetzt hier den letzten stand den wir hatten als wir beendet haben und heute soll es darum gehen wie ich mir hier meine eigenen logos erstellen kann ich hatte ja gesagt dass ich mir persönlich auch einige logos erstellt habe wie man das macht wie man sie in keycat einbindet das soll heute ziel dieses videos sein und deswegen legen wir hier auch gleich los diese logos wie wir es hier auch sehen sind in einer footprint bibliothek die können wir mal kurz aufrufen hier erlebt jetzt gerade die footprint bibliothek und ich gebe hier oben mal ein logo wie schon beim letzten mal und hier seht ihr jetzt mein eigenes logo wie kann ich die erstellen wie mache ich die das ist eigentlich ganz ganz einfach man kann oder auch frau kann ja sage ich das mal ganz deutlich auch frau in diesem zusammenhang begrüße ich auch mal ganz ganz recht herzlich die weibliche fraktion finde ich immer wieder gut dass dort mädchen frauen sich auch für elektronik interessieren und dort auch tätig sind finde ich gut ich werde euch zunächst einmal zeigen wie ich das so immer mache mit diesen logos ich habe hier mal im browser den kanal in youtube von daniel aufgerufen und ihr seht hier schon er hat hier einige logos und daniel möge es mir verzeihen ich breche jetzt hier jegliche copyright rechte und stehle mir einfach hier mal dieses kleine blaue häuschen hier ich denke mal dass es beim daniel hier möglich ist das zu kopieren manchmal ist es ja nicht möglich das hängt damit zusammen wie wie eben jetzt hier die webseite programmiert ist manche verbieten das auch und man sollte natürlich immer vorsichtig sein mit copyrights ich habe das schon vorher mal getan ihr seht das hier in meinem fenster dass ich hier schon smart home yourself jpg schon downgeloadet habe ich gehe jetzt mal hin und werde es mal jetzt woanders speichern ich gehe mal hier in meinen keycat ordner rein und ich mache mir mal hier ein neues verzeichnis dass ich dann bilder speicher es jetzt hier im ordner keycat bilder mal ab ich nenne es jetzt mal smart home jpg sage speichern und ich schließe jetzt hier den browser oder ich mache ihn erstmal klein und gehe dann wieder zurück zu keycat so natürlich könnt ihr jedes mal programm windows bin glaube ich paint mit oder adobe oder was auch immer irgendeine jpg oder kleine bmp datei selbst erstellen sie sollte nur nicht hochauflösend sein oder besonders groß sein es reicht völlig aus wenn ihr da so ein kleines bild erstellt in eurem mal programm ich habe mir jetzt hier einfach von youtube mal daniels logo dort downgeloadet geklaut auf deutsch gesagt jetzt bin ich hier am anfang von keycat und jetzt kommen wir jetzt hier zu diesem icon das hier so aussieht wie so ein malprogramm mit so einem a drauf da klicke ich einmal drauf dann öffnet sich hier so ein fenster und hier kann ich jetzt mein soeben downgeloadet das bild einladen ticket unterstützt standardmäßig diese hier unten aufgeführten dateiformate bmp png jpg und tiff dateien und welche auch immer das kann man hier jetzt sehen und jetzt gehe ich mal hier in den ordner den ich gerade angelegt habe das war ja keycat und dann hier bilder und dort ist mein bild und ich öffne das mal und ich sehe es jetzt hier in der original datei wir haben hier oben drei reiter einmal original datei grau wertbild und schwarz weiß ich habe jetzt hier das häuschen und ich gehe jetzt mal hier in den schwarz weiß bereich denn diese logos sind nach möglichkeit in schwarz weiß zu erstellen und ich sehe jetzt hier oben rechts die größe in pixel und die größe in millimeter die bilder die ich auf der platine oder die logos die platine platziere sollten nach möglichkeit nicht zu groß sein also 24,4 x 24,4 das ist schon ziemlich groß ja das sind immerhin 2,4 cm und platinen werden hauptsächlich ja sehr sehr klein hergestellt oder produziert deswegen gehe ich jetzt hier mal hin wir haben hier eine auflösung von 300 x 300 dpi und ich lösche das hier mal weg und gibt mal 800 x 800 ein und ich sehe jetzt hier oben die größe ist jetzt schon 9,1 x 9,1 millimeter ist immer noch ziemlich groß deswegen gehe ich noch mal hin und erhöhe hier noch mal mache mal 900 und hier ebenfalls 900 und dann sehe ich dann ist es 8,1 x 8,1 das werde ich jetzt auch mal so akzeptieren und gehe hier zu den nächsten schritt logos die ich innerhalb einer bibliothek von footprints platzieren möchte die nennen sich mod dateien keycat mod die haben die endung keycat mod ich habe das hier schon angeklickt ich könnte auch lip dateien erstellen das wäre dann bauteil bibliotheken davon rate ich ab hier über ein bild oder über eine grafik ein bauteil zu erstellen das geht meistens in die hose aber für logos klappt es ganz gut also ich klicke hier pcb new keycat mod dateien an und gehe dann hier unten zu diesem schieberegler und achtet mal jetzt hier auf das bild wenn ich diesen schiebereger hier verschiebe dann kommt der kontrast mehr oder weniger bis hin zu völlig schwarz aber ich lasse das meistens immer hier auf die mitte so ist das ganz toll da werden hier die linien auch ganz gut dargestellt hier diese heizung die der die daniel hier andeutet oder die streckdose werden dann gut dargestellt jetzt gehe ich einfach hin und klicke einmal hier auf exportieren und ich habe hier schon einen einen ordner den ich da genannt habe mein unterstricht logo punkt pretty ihr habt ja bei euch einen ordner angelegt unterhalb von keycat der da heißt lip und in diesem ordner legt ihr euch noch einen anderen ordner ein den ihr da nennt mein logo punkt pretty und der muss punkt pretty auch heißen wenn ihr das dann angelegt habt könnt ihr hier oben jetzt einen namen vergeben und der namen den ihr vergebt der muss immer dateiname punkt keycat unterstrich mod sein der darf keine andere endung haben kein jpg oder bmp oder was sondern die endung punkt keycat unterstrich mod ich nenne das jetzt mal tutorial punkt keycat punkt mod also wie gesagt wichtig ist hier dass auch der dateiname immer die endung punkt keycat unterstrich mod ist ja das ist wichtig dass die endung keycat unterstrich mod ist sonst funktioniert das nicht ihr seht auch hier unten dass er eigentlich schon die endung automatisch vergibt so dass ich mir das hier oben auch eigentlich sparen kann ich möchte das noch mal weg aber beim speichern wird automatisch hier kicket unterstrich mod angelegt ich speicher mir das mal und kontrolliere das noch mal jawohl hat er gemacht hier tutorial oder fällt das l am ende aber ist jetzt auch nicht weiter schlimm aber er hat automatisch die endung punkt kicket unterstrich mod das ist wichtig so wenn ich das gemacht habe bin ich hier eigentlich schon fertig wer hier gerne noch mit der größe spielen will kleiner oder größer ändert einfach hier die auflösung wenn die auflösung höher wird wird natürlich die größe des bildes in horizontaler und vertikaler form kleiner das mal so am rande dann kann ich das auch hier gleich schließen und bei euch müsste jetzt folgendes machen ihr geht also wieder zurück ich habe das hier schon offen in euren pcb editor in pcb new so heißt er ja und macht jetzt mal folgendes geht hier oben mal auf einstellungen und hier habt ihr dann pfade konfigurieren und hier seht ihr die pfade die kicket benutzt wo er seine bauteil bibliotheken hier findet für unseren schaltplan editor in die libraries die findet ihr hier bei mir natürlich weil ich unix also ein betriebssystem habe in user share kicket library bei euch ist es natürlich unter windows dann ein anderes verzeichnis das könnt ihr ja im datei explorer da mal nachvollziehen so jetzt gehe ich mal hier hin und sage mal footprints footprint bibliotheken öffne das und muss natürlich jetzt hier kicket mitteilen wo er denn meine selbst erstellten logos finden kann ihr geht einfach hier auf das plus zeichen vergebt dann einen namen was weiß ich meine logos oder meine selbst erstellten logos oder so ihr könnt ihr einfach sagen meine unterstrich eigenen unterstrich logos und geklickt dann hier rein und navigiert dann hier über dieses kleine ordner symbol wo ihr die sachen abgelegt habt klickt dann auf ok und erträgt es dann auch hier ein ich mache das jetzt mal hier nicht deswegen lösche ich den eintrag hier wieder und lass nur den der auch aktuell und richtig ist drin brecht das hier ab ihr müsst natürlich auf ok klicken wenn ihr das gemacht habt geht ihr hier auf dieses icon footprint hinzufügen ihr müsst euch natürlich in der richtigen lage befinden ich will das jetzt hier auf die vorderseite platzieren also f silks sehe ich an dem dreieck ich befinde mich in f silks und klicke dann einmal hier hin eröffnet die footprint bibliothek ich sag jetzt hier mal logo und guck mal eben nach ja hier ist es da ist das ich hatte das ja tutorial ohne l genannt weil ich das l vergessen habe aber ihr seht der footprint also das logo ist jetzt hier drin ich sag einmal ok habe das dann hier an meinem mauszeiger dran und kann es jetzt hier positionieren ich möchte es gerne hier auf der frontseite weil ich befinde mich ja auch hier im front silks platzieren und kann mir das jetzt hier im 3d betrachter ansehen und siehe da und hier ist dann dieses tolle logo auf meiner platine jeder von euch wird in der lage sein da in irgendeinem mal programm irgendeine kleine grafik für sich zu erstellen im schlimmsten fall nutzt man unter windows eben paint tobt euch da in eurem mal programm aus achtet nur darauf das ganze von vornherein in schwarz weiß zu zeichnen also keine farben zu benutzen denn wenn der hersteller das hinterher produzieren soll dann habt ihr sowieso nur die möglichkeit die aufdrucke oder die schriften hier in weiß oder in beschränkten farben herzustellen also es macht keinen sinn da ein logo zu erstellen das sechs millionen farben hat aber der hersteller kann nur im schwarz weiß und ich weiß gar nicht grau stufen noch vielleicht aber auch nicht mehr deswegen wenn ihr zeichnet macht es gleich von vornherein in schwarz weiß und ich habe euch jetzt mal gezeigt wie das denn so geht wie man das da platziert solltet ihr beim aufruf hier von den footprint bibliotheken das hier unter euren ordner mein logo oder so nicht finden liegt es immer daran dass ihr hier oben in einstellungen verwalten von footprints hier in diese liste hier den pfad noch nicht kicket bekannt gegeben habt ja also der pfad der hier steht der muss schon stimmen da darf nichts anderes stehen und wie gesagt der ordner sollte nach möglichkeit wo sich das bild drin befindet mein unterstrich logo oder muss die endung punkt pretty haben ja das setzt kicket einfach voraus ja wenn da schwierigkeiten sind oder fragen sind schatz in die kommentare daniel wird es lesen und wird es dann mit mit sicherheit an mir weiterleiten und dann können wir dann noch im expliziten video darauf eingehen auf eure fragen ich bitte euch deswegen auch regelmäßig und oft davon gebraucht zu machen in den kommentaren dann fragen zu stellen beziehungsweise was ihr nicht verstanden habt dort nochmal aufzuführen ja dann gehen wir mal zu dem nächsten schritt hin das erstellen dieser platine diente eigentlich nur den zweck um euch mal den einstieg in kicket so ein bisschen zu erleichtern ihr habt noch nicht alle menüs kennengelernt wenn wir ja unser eigentliches projekt angehen werden nämlich die erstellung eines kleinen arduino unos da werdet ihr weitere features weitere sachen kennenlernen hier in kicket und dann werdet ihr auch in der lage sein zu verstehen was die profis da immer machen mit design regeln und mit zusatzprogrammen zu kicket wenn da interesse besteht bin ich durchaus bereit das hatte ich den daniel ja auch gesagt weitere videos weitere tutorials zu machen wenn interesse besteht wir werden hier jetzt diese ganze sache was diese platine betrifft beenden alles andere was noch zusätzlich wichtig ist für die platinen herstellung werden wir dann in unserem eigentlichen projekt kennenlernen eins noch vielleicht so zur optik ihr seht immer wieder dass die platinen hier eine bemaßung haben das kann man erreichen indem ich hier auf dieses icon mit diesem n klicken und dann mir hier sagen wir mal hier diese senkrechte auswähle nach rechts hier nochmal hier klicken und dann oder gedrückte maustaste nach oben ziehen und ihr seht hier eine bemaßung das gleiche gilt dann auch hier für die höhe der platine ich klicke hier ziehe mir das bis hier oben hin klicke nochmal und sie ist dann mir einmal nach außen und ihr seht ich habe jetzt hier meine bemaßung drin weil ich muss diese maße natürlich beim hersteller meines vertrauens angeben wie groß die platine ist danach berechnet sich ja natürlich auch der preis ich persönlich lasse meine platinen bei glc pcb in china herstellen die sind sehr sehr günstig die übertreffen jeden anderen deutschen hersteller wir werden das gleich auch noch mal sehen wenn wir dann jetzt gleich die platine mal fertig machen und dann zum hersteller schicken da werdet ihr merken dass der sehr günstig ist und kein deutscher hersteller europäischer hersteller kann mit diesen preisen mithalten der einzige nachteil den man bei den chinesen vielleicht hat ist dass die lieferzeit ein bisschen länger ist aber wenn man bereit ist ein höheres porto zu bezahlen geht es auch bei glc pcb mit wenigen tagen also ich sag mal eine hausnummer zwei bis drei tage wenn ihr bereit seid ein höheres porto zu bezahlen aber ich habe festgestellt in der letzten zeit ich weiß gar nicht woran es liegt es geht auch bei dem normalen china versand über die china post sehr sehr schnell also das letzte projekt habe ich innerhalb von vier tagen bei mir auf dem schreibtisch gehabt aber ich weiß nicht woran es liegt aber ihr habt ja da sicherlich auch erfahrungen wie lange so eine lieferung aus china manchmal dauert aber gut dadurch ist der preis aber auch sehr sehr niedrig und das nehme ich gerne dann in kauf wenn ich da etwas länger warten muss so wir werden jetzt ganz einfach mal die dateien erstellen die wir dann im endeffekt zum hersteller schicken damit die platine dann auch ja wie gesagt hergestellt werden kann zuerst seid mal gewiss dass ihr das ganze projekt auch gespeichert habt dazu klickt ihr oben links in die ecke auf diese festplatte hier oben mit dem pfeil und speichert das ganze projekt dann geht er mal in den schaltplan editor speichert diesen auch mal und können dann jetzt hier die dateien erstellen die der hersteller benötigt und das werden wir jetzt mal tun ihr seht hier oben das icon einmal diesen drucker mit diesem papier und einmal das plot symbol wenn ihr mit der maus darüber fährt dann zeigt er euch an plotten hpgl postscript oder gerber format und die meisten platinen hersteller also ich kenne keinen einzigen der das nicht akzeptiert akzeptiert die sogenannten gerber files ihr klickt einmal hier oben auf diesen plotter dann öffnet sich hier ein fenster und hier seht ihr eure kupferlagen die ihr produziert haben wollt achtet bitte darauf dass zumindestens front kupfer und back kupfer hier angekreuzt sind also ein haken davor ist denn sonst macht es keinen sinn dann solltet ihr f-paste und b-paste was das im alten ist f-paste b-paste das werden wir dann in unserem weiteren tutorial erfahren fronsky silks und back silks habt ihr schon kennengelernt das ist die beschriftung die wir gemacht haben beziehungsweise die logos dann natürlich ganz wichtig der hersteller muss wissen wie groß ist die platine welche platinen umrisse wo ich die platine zu ende hat ganz wichtig und alles andere könnte man ankreuzen muss man aber nicht ich lasse das immer so in den standard werten die ticket hier vorgibt und habt noch keine probleme damit gehabt achtet darauf dass hier oben gerber ausgewählt ist ja nichts anderes sondern gerber und hier in diesem feld ausgabe verzeichnis da müsst ihr jetzt den ordner anwählen den wir ganz am anfang erstellt haben unter keycat den wir genannt haben gerber da hinein müsst ihr jetzt rein wechseln bei mir hier ist das nicht so ich habe hier die verzeichnisse nicht ich habe die auf einem netzlaufwerk ihr müsst dann einfach hier euer gerber verzeichnis auswählen und dann auf öffnen klicken ich mache das jetzt hier nicht ich gehe mal hier ein zurück und legt mir mal spaßeshalber hier mal ein ordner gerber an hier auf der lokalen platte und sag mal öffnen er soll fragt mich jetzt kurz noch mal nach weil das verzeichnis nicht existiert soll ein pfad relativ zu diesem pfad verwendet werden da sag ich einfach mal ja dann macht er hier oben die unix oder linux konversion mit punkt punkt slash punkt punkt slash bei euch ist der gerber ordner ja vorhanden da kommt diese meldung nicht jetzt geht ihr hin und erzeugt zunächst einmal die bordateien das sind diese mounting holes aber auch die bauteil pads hier das sind ja auch löcher wo wir dann die bauteile durchstecken werden wenn wir sie bestücken die platine deswegen erzeugen wir im ersten schritt hier jetzt die bordateien und da klicken wir ganz einfach hier unten auf den knopf bordateien erzeugen es öffnet sich ein fenster hier oben ist wieder automatisch der ausgabe ordner gerber drin und alles andere hier excelon das ist das format wo die bordateien dann erstellt werden die werden im excelon produziert also erstellt und alles was jetzt hier steht könnt ihr belassen eventuell hier bei bordateien bitte millimeter anklicken alles andere so belassen und einfach hier jetzt unten rechts sagen bordateien generieren dann schreibt er hier kurz rein was er gemacht hat welche art von bordateien und wie viele er erstellt hat könnt ihr so akzeptieren aber hier drauf achten dass hier keine fehler auftauchen oder irgendwelche anderen meldungen die darauf hinweisen dass etwas nicht stimmt aber hier in meinem fall erstelle datei so und so und nochmal eine datei und das war es auch schon dann könnt ihr dieses fenster schließen und habt somit schon eure bordateien erstellt jetzt geht es darum die anderen gerber dateien zu erstellen und das geht auch ganz einfach einfach alles so akzeptieren wie es hier ist und einfach nur hier unten auf plotten gehen er blitzt da kurz auf und ihr seht auch hier in diesem fenster hier unten es ist alles grün er hat alles erstellt front kupferlage back kupferlage all das was hier auf der linken seite angeklickt ist hat er jetzt erstellt also keine große kunst kein hexenwerk die herstellungs dateien da zu produzieren damit seid ihr hier in diesem bereich eigentlich schon fertig ihr geht hier auf schließen und seid sicher dass ihr alles hier nochmal speichert hier oben links auf die festplatte und dann geht ihr hier im pcb layout editor heraus dann kommt ihr hier in den schaltplan auch hier bitte einmal nochmal speichern dann beenden und dann könnt ihr den anfangsbildschirm hier von ticket auch beenden und jetzt gehen wir mal hier zu einer webseite die ich sehr sehr oft nutze die internetseite ist garblog.org das seht ihr hier oben daniel wird diesen link wahrscheinlich auch in die beschreibung unten rein packen damit ihr zu dieser seite gelangt das ist eine seite wo ich mir jetzt meine gerber falls so wie sie dann auch im endeffekt vom hersteller produziert wird mal eben kurz angucken kann das ist kein ersatz zu dem programm was ticket mit liefert ticket liefert einen sehr sehr umfangreichen gerber viewer also ein gerber betrachter mit aber wie gesagt da möchte ich später darauf zukommen wenn wir unsere andere platine erstellen hier mache ich mal folgendes ich gehe zunächst einmal in meinem ordner wo meine gerber dateien drin sind bei euch ist das ja auch der ordner gerber und diese dateien die sind jetzt hier so lose drin damit kann der hersteller eigentlich nichts anfangen und gerber view im internet der online dienst kann damit auch nichts anfangen deswegen gehe ich mal einmal hier hin sage alles auswählen klicke die rechte maustaste und sage komprimieren und macht mir daraus ein zip file und zwar nenne ich das zip file led unterstrich pcb so wie auch unser projekt heißt ich speicher das jetzt hier in diesem ordner sage anlegen und habe die ganzen files die hier jetzt markiert sind in dem zip file hinterlegt das seht ihr wenn ich das öffnen seht ihr das ist da drin weil zum download braucht ihr dieses zip file ihr könnt nicht jede einzelne da zum hersteller schicken sondern der hersteller verlangt dass es ein gepacktes file ist und ich bitte euch und achtet auch da drauf es gibt verschiedene pack oder komprimierprogramme aber es sollte nach möglichkeit ein zip file sein wenn ihr das erstellt habt ist es dann hier drin jetzt gehe ich noch mal zurück zu meiner internetseite und ich kann hier oben sagen gerber falls gehe auf browse gehe in den ordner wo ich dann das zip file habe und da ist es schon das klicke ich doppelt und habe es jetzt hier drin so gehen wir mal hierhin solder mask das ist ein anderer leer den er bis jetzt noch nicht kennengelernt hat das ist einfach die lötstopp maske wenn ich eine platine habe ich öffne dazu um das mal zu erklären eben noch mal unsere platine hier und gehe mal hier in den 3d betrachter rein um euch das zu erklären drehe die platine einmal und ihr seht hier jetzt die lötpads wo wir ja später dann ja das lötschen auftragen werden um den pin hier zu verlöten aber nehmen wir mal an diese beiden pads wären sehr sehr dicht aneinander und ihr würdet versuchen diesen pad diesen ersten dann zu löten dann würde euch das lötschen immer hier hinlaufen zu einem zweiten pad und würde hier eine brücke produzieren also ein kurzschluss und ihr seht jetzt hier diese grüne fläche hier das ist der leer solder mask das ist so eine eine beschichtung die da hier auf die platine drauf kommt die das dann verhindert dieses grün dargestellte ist der sogenannte solder mask das wollte ich jetzt hier nur mal erklären ich gehe mal wieder zurück zu meiner internetseite und hier ist dieser solder mask in dieser beispiel platine blau und das kann ich hier auswählen ich lasse platinen immer grün herstellen ich weiß auch nicht warum aber man könnte auch eine blaue platine herstellen oder eine weiße die sieht dann so aus das ist einfach der solder mask der da der platine die farbe gibt silkscreen habe ich ja gesagt sind unsere logos und schriften die wir auf der platine schon positioniert haben und hier kann ich nur auswählen schwarz und weiß deswegen habe ich ja gesagt wenn ihr euer logo macht haltet euch nach möglichkeit an schwarz und weiß weil die meisten hersteller können den silkscreen also die beschriftung der platine nur weiß und schwarz machen kupferfarbe ist immer hier silber es gibt natürlich auch die möglichkeit leiterbahnen mit gold beschichtung zu machen und dort eine hauchdöne goldschicht drauf zu fahren macht wenig sinn bei so projekten die wir so im hobbybereich machen aber macht durchaus sinn bezüglich korrosionsschutz ich klicke mal hier jetzt auf gerber images mal gucken ob er das jetzt hier macht er lädt es nochmal ein und ich sehe jetzt hier meine platine und zwar einmal in der front ansicht also die obere schicht und einmal kann ich hier noch die rückseite angucken ich kann mir hier die bordateien angucken das ist auch nichts anderes wie ein gerber view aber ein bisschen irgendwie wenn ich die platine sehe kann ich schon mal sehen wie sieht die platine aus wenn ich sie rot produziere mit meinen logos und wenn ich dann hier zurück gehe ich ich tue mal hier jetzt als soldermask color grün anklicken und sage dann mal zeige mir es an und ihr seht hier dass die soldermask jetzt hier eine grünliche farbe hat die backseite ist ebenfalls grün dann schließe ich jetzt hier die webseite ihr seht das dass das hier mal so betrachtet werden kann wie sieht die denn aus wenn der hersteller die zu mir zurück schickt was natürlich nicht drauf gedruckt wird ist hier die bemaßung die wird nicht vom hersteller mit gedruckt jetzt wollen wir mal den prozess der bestellung beim hersteller uns anschauen wir befinden uns jetzt hier auf der startseite von glcpcb deutsch jlcpcb.com und so sieht das dann hier aus allerdings stelle ich gerade fest dass mir wieder mal die zeit davon läuft deswegen bitte ich euch jetzt hier an dieser stelle um verzeihung aber ich breche dann jetzt hier mal das video ab und macht dann beim nächsten mal weiter und ich hoffe ihr seid mir nicht böse deswegen sage ich euch an dieser stelle erst einmal vielen dank fürs zuschauen es geht im nächsten video weiter und ich wünsche euch noch alles gute und einen schönen tag bis dahin euer jürgen bitte gehen ich Vielen Dank.